Wie wäre es, wenn Deutschland der Schweiz beitreten würde? Herr Giacobo, Sie machen einen Film. Wie wäre es, wenn Deutschland der Schweiz beitreten würde? Sie sind im Grunde genommen ein kleiner Imperialist. Man stelle sich mal vor, wir wären ein Kanton der Schweiz. Das wäre ja geradezu ein Segen für Deutschland. Es braucht natürlich eine Abstimmung. Ich kann mir das gut vorstellen. Machen Sie sich keine Illusion. Viele Leute haben Angst davon. Ich finde es natürlich gut, allein wegen der Steuern. Es wird dann auch viel Ärger erspart. Die Schweiz hat immer für jedes Problem eine Lösung, selbst für die Deutschen. Halt! Die Schweizer Grenzwache! Ende hoch! Die Schweiz ist das Schokolade mit den Neuren und dem Heidi und dem Fränkli und dem Sprüngli und dem Brüderli. Ja, nicht liegen. Es ist ein putziges, kleines Bergvolk. Ich verstehe es nicht immer richtig. Die Geschichte ist wie Plästilin. Man kann es so formen oder so. Aber es gibt Leute, die formen sie mehr so. Die direkte Demokratie ist nicht einfach nur ein Verfahren. Das wurde erstritten, das wurde erkämpft. Das wird auch in Deutschland kommen. Wir haben in der Schweiz ein Konkurrenzsystem. Das heisst, jeder spricht ein wenig mit. Deutschland wäre ein Kanton und wir sind immerhin 26. Es könnte schon zu Spannungen führen, glaube ich. Das würde ihnen gut tun. Ich bin ja auch nicht so ein rasanter Typ. Aber ich muss mal sagen, manches dauert in der Schweiz einfach zu lange. So wie ich die Schweiz kenne, gäbe sicher irgendwelche, die dagegen wären. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich bin ja die Nachhaltigkeit. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja. Vielen Dank.